Ich begrüße euch wieder herzlich zu Dead Space. Wir sind hier am letzten Mal eingekauft. Jetzt gehen wir hier noch zu diesem komischen Automaten. Nicole haben wir getroffen, die scheinen auch immer wieder normal zu sein. Ich habe keine Ahnung, was mit der in ihrem Kopf los vorgeht. Ja, wir können leider nichts aufbessern, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß, wann ich wieder Energieknoten kriege. Deswegen lassen wir das ein, behalte ich ja immer. Einfach aus der Sicherheit hervor. Ja, wir haben... Ich drücke mal Start, ich weiß nicht warum. Wir haben noch ein bisschen Munition, aber nicht mehr viel. Ich habe sehr viel rumgeballert mit allem. Aber wir haben immer noch 60 hiervon, also kein Ding, ey. 31 hiervon. Ja, wie gesagt, mein Impulsgewinn nehmen wir am besten nur, wenn es wirklich brenzlig wird. Was soll der Shit denn hier, hä? Erstmal muss man sich immer wieder auf diese neuen... Was ist das für ein Bohrgerät, ey? Hoffentlich kann ich damit rumfahren. Oh, Kapitel 12, Leute. Das ist ja nicht... Wow, ey, da ist ja bald Ende. Das ist ja bald Ende hier. Was machen die denn für Bohrungen hier in so einem Asteroid, ey? Ich glaube es einfach nicht. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn der gleich wieder zum Leben erweckt, ey. Also, dass der gleich auf einmal so... Ich kann mich bewegen und ich hasse dich, weil ich bin nekromorfen. Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn jetzt hier? Ich kann mich nicht verarbeiten. Also, jetzt brauche ich noch mal die Nachhaltung verstanden. Ja, dann muss ich noch mal die Nachhaltung machen. Ich muss noch mal die Nachhaltung machen. Ich könnte das jetzt nicht tun. Ich kann mich auch nicht ver reden. Ich darf das nicht tun. Na, schön, schön, ne? Macht immer was. Noch mehr. Vielleicht kann man da jetzt alle mit ausschalten. Wenn ich jetzt den in der Mitte treffe. Da hinten ist sie doch. Und den mit dem Deckel. Komm, mit dem Deckel, habe ich gesagt. Ach ja, als Techniker, was man da alles so machen muss, das ist einfach nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Hm, 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 hm. Hey, was will die Frau mir nicht abmurksen, das ist ja schon mal schön. Muss ja auch mal sein, ey. Dass die Frau jetzt nicht völlig durchgedreht ist, das ist ja schon mal gut. Wenn die ganze Zeit mit Strasser rumhängen, dann kann das natürlich passieren. Aber umso schöner, wenn ich mal eine Frau mir nicht abmurksen möchte. Halbleiter Diamant liegt da einfach rum. Sie hat voll das Glück, ey. Weißt du, die hängt da in dieser Kapsel drin und kann sich da schön so... Nö, 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 ich mach nix. Na ja, klar, dass ich hier nicht alleine bin. Ich muss euch leider jetzt mit der Waffe töten. Ich hoffe, das macht euch nix aus. Das ist gar nicht gut. Ich dachte euch gleich, warte, ich rüste diese Waffe aus aus dem einfachen Grund, weil ich gleich weiß, was da passiert. Das sieht man schon in der komischen Blutlache, die da ist. Ich dachte schon, ich hole mir das da hinten nicht, ey. Da ist so ein komisches Loch mit dem Blut. Wieso treffe ich ihn nicht? Das ist schon wieder richtig Schussballerung, ey. Da. Ach, ey, ja, ja, ich bin ganz komisch mit meinem Waffen, ey. Ich schieße mit allem nur ein bisschen rum. Mit nix mache ich da was richtig... ein bisschen scheiße, aber was soll man machen? Bestimmt muss ich da gleich noch irgendwas holen. Bevor ich nie mal Indies, ey, das dauert noch. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich habe nichts gehört. Muss ich mir nochmal in Nachhinein angucken im Video. Zack. Und nun? Ich brauche eine Waffe. Ich sage euch jetzt schon, da kommen Gegner ohne Ende, bis ich da drauf... Kinder! War ja klar, ey. Kinder, punch mich! Komm her, ey! Weg hier! Na, ich sehe schon, ich muss kämpfen hier drauf, ey. Oh mein Gott, ey. Ich bin Techniker. Das ist bestimmt alles nicht mein Tarifvertrag mit drin. Das weiß ich jetzt schon. Der ganze Kapp ist hier, den ich hier machen muss. Und dass sie hier locker Monster hochklettern müssen, das wissen Sie für... Das sehe ich, dass sie überall sind. Aber das sind nur die... Die Leicht mit Dingen hier, die kennen nichts. Ich habe schon eine Idee. Mal lassen Sie mir... Lassen Sie mich mal machen hier, Frau. Machen Sie... Lassen Sie mich mal machen hier. Dafür verschwende ich aber jetzt nicht meine gute Munition. Mh, lecker. Schön durchs Fleisch bohren. War unnötig, dass ich da wieder meine Inputs Munition für verschwendet habe. Embryonen! Hätte ich nicht gedacht, Frau. Sie haben alles eingenommen, Frau. Die sind überall, diese Wichser. Ja, mit den Detonationsmini verkaufe ich. Raketenangriff! Ich muss dem ausweichen, den Raketen. Ach du Scheiße, ey. Ich werde, wie gesagt, zu alt für die Scheiße. Was sage ich über das? Kein Ding. Ich habe... Klar, dass jetzt auf einmal die Dickenkaliber kommen. Hasta la vista, Baby. Warte nach! Deine Kotze kannst du... Bitte bei dir lassen. Danke, das wäre sehr nett. Danke, danke, danke. Es wird nur noch ballern, nur noch ballern. Das Viech nervt mich, ey. Na, runter. Das ist... Was haben die denn hier? Ist das eine Basis? Toll, ich habe irgendwo das Medipack auf der Hälfte. Echt? Ja, komm, ey. Da muss ich jetzt leider so... Wenn ihr das unbedingt so wollt. Ich will jetzt eigentlich nicht weiter hier gegen die kämpfen. Boah. Ist jetzt gut, bitte. Ich habe noch zwei Medipacks und Diamant halb leider. So viel organischer Shit, ey. Ich glaube es ja gar nicht. Ich habe noch nichts zu sagen. Das ist nun mal ein bisschen lang. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich nur noch ballern muss eigentlich. In letzter Zeit. Endlich, da ist Ende. Ich glaube es ja gar nicht. Da ist Eisen. Äh, äh. Man sieht nichts. Einfach schwarzer Bildschirm. Kein Bock. Jetzt kommt wieder irgendeiner, will mein Auge fassen, weil es stimmt. Das ist ja gar nicht. Es muss ein Auszug oder so geben, denn die Ebene verbindet. Ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Springen wir einfach runter. Wir klassen uns auf der Hälfte. Ich hoffe, ich kann speichern. Das war ja immer zu viel für mich, ey. Kapitel 13 schon. Ich glaube es ja gar nicht. Speichern. Geil. Jo, ich speichere hier. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht es hier an der Stelle weiter bei Dead Space. Bis dann.